Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fit im Urlaub. Heute mit Sixpack. Wir wollen heute ran an unseren Bauchmuskel, den Sixpack trainieren. Dazu darfst du gleich nach unten auf den Boden zu mir kommen. Wir bleiben auch hier und du machst immer so mit, wie es für dich passt. Pausen zwischendurch sind natürlich erlaubt und setzt dann einfach wieder ins Training mit ein. Ich mache uns Musik an, setz dich gemütlich hin, sodass du wirklich jetzt bequem sitzt und nimm deine Arme mal nach vorne, Schultern tief und klapp jetzt deine Handgelenke einfach nach unten, die Hände nach unten und wieder nach oben. Einfach nur die Handgelenke durchbewegen, die brauchen wir, wenn wir Stützbewegungen machen. Und dann versuchst du jetzt mit deinen Händen zu kreisen. Also einfach mal rumkreiseln. Auch in die andere Richtung kreiseln. Und wieder lösen, die Finger schließen, locker, ganz locker lassen, kannst auch deine Schultern schon mitbewegen jetzt. Und die Hände lässt du um den Kopf herum kreisen, sodass du die Schultern mitbewegst. Das Ganze natürlich auch in die andere Richtung. Und wieder lösen. Und wieder zur Mitte komm, entspannen. Komm in den Vierfüßlerstand. Knie unter deine Hüftgelenke, die Hände unter deine Schultergelenke, den Bauchnabel. Holst du gleich nach innen, spreiz die Finger. Versuch wirklich auch auf den ganzen Händen zu stützen. Spannung im Bauch, Knie unter die Hüftgelenke. Und um wirklich das Gefühl zu haben, dass du auf den Händen komplett stützt, lass deinen Körper jetzt etwas kreisen auf deinen Handgelenken. Jawohl. Und das Ganze natürlich auch in die andere Richtung. Spannung, spür, Kleinfingerballen, Daumenballen. Wenn du dann das Gefühl hast, du spürst deine ganze Hand auf dem Boden, dann schiebst du dein Brustbein nach oben und lässt dein Brustbein Richtung Boden sinken. Also Brustbein rauf und wieder absenken. Nur hier oben im Schultergürtel die Bewegung stattfinden lassen. Ist gar nicht so leicht, das weiß ich. Dann werde jetzt größer. Das heißt, du ziehst dich hoch, wirst rund, kommst tief und schaust nach vorne. Kommst hoch, wirst rund, kommst tief und schaust nach vorne. Deine Wirbelsäule durchbewegen. Kurz mobilisieren und dann starten wir gleich mit der Kräftigung. Wenn du noch einmal oben warst, bleibst du jetzt im geraden Rücken. Also doppelte S-Krümmung. Ist ja nicht gerade, ist ja ein bisschen gekrümmt nach unten. Streck dein rechter und linkes Bein jetzt nach hinten aus und halte diese Position. Po anspannen, eine Linie Oberkörper, Oberschenkel. Wenn du möchtest, kannst du die Knie auch hier unten halten. Okay? Und einfach nur die Bewegung oder diese Position halten. Wenn du kannst, ziehst du rechts und links im Wechsel zu dir ran. Ran, ran. Stützkraft, spüren deinen Bauchmuskel. Der Sixpack, der hält uns aufrecht, stabilisiert den Rumpf. Letzten. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Halten. Knie absetzen. Kurz die Handgelenke entspannen, indem du dich nach hinten setzt. Geht noch, oder? Komm dann nach vorne. Setz deine Ellbogen ab. Daumen Richtung Decke. Dann streckst du noch einmal deine Beine aus. So, dass du in einer Linie bist. Alternativ natürlich auch hier wieder die Knie abgesetzt. Po anspannen. Und jetzt versuch, rechts und links deine Knie in Wechselrichtung Boden zu tippen. Genau. Raus aus den Schultern. Atmen. Ganze Vorderseite. Wahrnehmen. Nochmal. Nochmal. Letzten. Drei. Zwei. Halten. Knie absetzen. Komm hoch. Locker aus und lass deine Schultern wirklich locker. Bleibe hier. Knie unter den Hüftgelenken. Nimm deine Hände hinter den Kopf. Ein bisschen nach vorne die Ellbogen. Und die Schultern sind tief. Bereit. Du gehst. Du gehst nach rechts und links. Spannung im Bauch. Zur Seite. Zur Seite. Lass dir mal ruhig Zeit. Muss er nicht im Takt sein. Po ist angespannt. Mach mal weiter. Letzten. Komm so ein bisschen seitlich zu dir. Bleib in der Mitte. Löse deine Arme. Neben den Körper. Und jetzt bleibst du wie ein Brett. Ziehst die Schultern zurück. Gehst im ganzen Rumpf ein Stück zurück. Und wieder nach vorne. Nochmal. Zurück. Nach vorne. Gut. Wenn das nicht geht mit deinen Knien, dann geh nochmal zur Seite, so wie wir gerade angefangen haben. Vorderseite spüren. Und vor. Lass deine Arme neben dem Körper. Ausatmen. Zweimal noch, okay? Letztes Mal. Und zurückkommen. Absetzen. Setz dich hin. Fass deine Oberschenkel. Und roll dich langsam in die Rückenlage ab. Komm runter. Und jetzt kannst du, wenn du möchtest, unter deinem unteren Rücken dir die Matte etwas rollen. Oder ein kleines Handtuch hier reinlegen. Sodass deine Wirbelsäule jetzt nicht ganz auf dem Boden liegt. Der untere Bereich ist etwas in der Luft. Vielleicht kannst du es auch halten. Schau mal, ob dein Schambein und deine Beckenknochen parallel über dem Boden sind. Hände hinter den Kopf, Ellbogen wieder ein bisschen vor. Drück mit dem Kopf in die Hände. Und sag mal, ich... Dann ziehst du automatisch den Bauchnabel sanft nach innen. Dann spürst du diese Spannung. Und jetzt geht dein Oberkörper ein Stück hoch, ohne dass das Becken wieder kippt. Ausatmen, einatmen, einatmen, wieder tief. Ausatmen, einatmen, wieder tief. Das ist der Sixpack. Bitte nicht den Rücken runterpressen. Du merkst schon, du kommst mit dem Oberkörper gar nichts hoch, macht nichts. Nochmal. Trainier den geraden Bauchmuskel aus der Vorspannung deines Tiefens. Also immer wieder dich und dann erst hochgehen. Nochmal. Noch drei. Drück den Kopf ganz leicht in die Hände. Zwei noch. Letztes Mal. Und langsam hoch. Auf die Seite drehen. Nach oben kommen. Kurz entspannen. Alles von vorne. Wieder rumkommen. Auf deine Hände. Hände sind wieder unter den Schultern. Bist du bereit? Zieh dich raus. Streck rechts und links dein Bein. Entweder Knie unten und halten oder ran, ran, ran. Spür die Vorderseite. Kraft der Körpermitte. Lass den Kopf nicht hängen. Versuch in einer Linie zu bleiben. Oberkörper, Oberschenkel und Kopf. Bist du hoch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Halten. Knie absetzen. Kurz die Handgelenke entlasten. Dann nach vorne kommen. Daumen Richtung Decke. Bereit. Beine strecken. Beine sind etwas breiter wie dein Becken oder deine Hüftgelenke. Und jetzt kippst du ab. Rechts, links. Kleine Variante. Rechte Beckenseite kippt. Linke kippt. Kannst die Knie auch unten lassen. Komm, komm, komm. Schaffen wir noch. Atmen. Letzten. Vier. Drei. Zwei. Einen. Und Knie hoch. Also Knie absetzen. Dich aufrichten. Da wird es warm. Knie unter die Hüftgelenke. Hände hinter den Kopf. Ellbogenstück nach vorne. Po anspann. Und du gehst zur Seite. Und wenn du willst, dann ein bisschen schneller. Schon anders jetzt vielleicht die Bewegung in der zweiten Runde. Fühlt sich schon nicht mehr eckig an. Schau mal, dass die Ellbogen ein Stück vorne sind. Dann bist du viel entspannter im Nacken. Könntest du auch so die Übung machen. Oder so. Je länger der Hebel natürlich, umso schwerer. Gut. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. In der Mitte bleiben. Arme lösen. Handflächen nach vorne. Und es geht langsam wie ein Brett nach hinten. Und wieder nach vorne. Nochmal. Alternativ, wenn das nicht geht, dreh dich nach rechts und links. Okay? Wir machen auch nicht sehr viel. Nur so weit zurück, wie du den Po nicht absinken lässt. Er bleibt. Vier noch, okay? Vier. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Und hinsetzen. Rückenlage. Vielleicht wieder ein Kissen oder ein dünnes Handtuch unter deinen unteren Rücken. Und wir versuchen wieder aus der Lordose zu trainieren. Ellbogen ein bisschen vor. Kopf in die Hand. Ich sagen. Und hoch. Und tief. Mach nur weiter. Das Kabel ist ein bisschen weg. Spannung im Bauch. Lass Platz zwischen Kinn und Brustbein. Das ist auch noch wichtig. Also immer so eine Faust. Ungefähr. Und du dürftest jetzt schon spüren, was der Bauch macht. Der nährt die Beckengnochen und die Rippenbögen aneinander. ohne das Becken zu kippen. Und wenn der Bauch jetzt flach bleibt, wenn du hoch gehst, dann machst du die Übung genau richtig. Nochmal. Hoch. Hoch. Tief. 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 Zwei nur noch. Letztes Mal mit mir. Und wieder hochdrücken. Seitlich hochkommen am besten. Letzte, dritte Runde. Geht noch? Klar. Einmal rum. Letzte Chance sozusagen. Hände unter deine Schultern, raus aus den Schultern, Bauchspannung, Beine strecken, entweder halten, kleine Variante, nicht mehr hier ranziehen, sondern nach außen zum Ellbogen, ran, weg, ran, weg. Leicht mitdrehen im Oberkörper. Acht, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und absetzen. Kurz zurück, Rücken rund, Handgelenke lösen. Letzte Bewegung, kleine Variation, Daumen in Richtung Decke. Noch einmal in eine Brettposition, Spannung im Bauch, raus aus den Schultern und jetzt ganz leicht nach vorne und hinten wippen. Vor. Geht auch so. Vorderseite spüren. Gehen noch. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und absetzen. Hochkommen, Hüft breit, Hände hierher, wenn es noch geht, Ellbogen ein bisschen vor, ich komme gleich ein bisschen seitlich zu dir. Seitlich neigen, Mitte und andere Seite. Becken stabil. Becken stabil. Po fest. Nochmal, hin, her. Jede Seite einmal. Komm zur Mitte, löse auf. Handflächen nach vorne, Schultern zurück. Entweder drehst du dich wieder oder neigst du dich mit mir zurück. Wenn du die nächsten zwei, drei Tage nichts merkst im Bauch, kannst du mir eine E-Mail schreiben. Vorderseite, Oberschenkel, Bauch. Nochmal. Letzten vier, vier, drei, letzten zwei, letztes Mal. Und hinsetzen, ablegen. Oberschenkel fassen. In die Rückenlage. Irgendwie wieder etwas Luft unter deine Lendenwirbelsäule. Bauchnabel nach innen ziehen. Und langsam hoch und tief. Versuch vielleicht noch ein kleines bisschen höher zu kommen. Hoch, höher. Ohne Becken kippen. Vorsicht. Drück den Kopf nochmal in die Hände, dass du nicht mit den Händen ziehst. Ganz locker Becken. Beine sind entspannt. Gehen noch die letzten acht, alle Kräfte sammeln. Noch sieben. Noch sechs. Noch fünf. Noch vier. Wie viel? Genau, die letzten zwei. Letztes Mal. Und entspannen. Lang werden. Streck dich mal. Und eine wunderbare Dehnung für die Bauchmuskel. Das ist, wenn du ein riesiges X machst. Also dich so richtig schön lang streckst. Rechts und links. Auch mal hier. Lang ziehen. Fleißig. Nacheinander die Füße aufstellen. Lass die Füße zusammen. Die Knie auf eine Seite. Kopf zur Gegenseite. Und nacheinander zur Mitte. Zusammen zur anderen Seite. Schrägen Bauchmuskeln. Morgen kommen die Arme dran. Komm wieder zur Mitte. Dreh dich jetzt mal ganz auf eine Seite. Egal welche. Und drück dich nach oben. Komm hoch. Zum Sitzen. Bleib ganz gemütlich. Sehr fleißig. Die Schultern locker. Rechte Schulter zieht tief. Kopf geht nach links. Wenn du Lust hast, drück gefällt mir. Netten Kommentar, wie gesagt, hinterlassen. Komm nach vorne. Komm zur anderen Seite. Schulter zieht tief. Wenn du Lust hast, meinen Kanal abonnieren. Ist kostenfrei. Wenn du möchtest, kannst du auch meine Arbeit wertschätzen. Vielen Dank. Den Kopf nach vorne. Kurz hängen lassen. Ausatmend aufrichten. Arme nach oben. Streck dich. Unter dem Video. Unter dem Video. Da ist der Link dazu. Steady. Deine Unterstützung. Da kannst du mit was es dir wert ist. im Monat 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro. Mich unterstützen. Kannst du auch jederzeit wieder abändern. Locker aus. Öffne deine Brust. Atme ein. Atme aus. Und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wie gesagt, bin gespannt, ob du morgen oder übermorgen vielleicht ein bisschen in deinem Bauchmuskel spürst. Also gerne kommentieren. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du ganz einfach beim nächsten Workout wieder dabei bist. Bis dann. Bis dann. Bis dann.